Bella ist, kann man sagen, sie ist ein fröhlicher Charakter, doch eigentlich zwischendurch schon eine taffe junge Frau, die durchs Leben geht. Sie ist ja auch Handwerkerin, also eine Macherin. Was ich sehr schön finde und was ich auch denke, dass es eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass Bella auch mal gut über sich lachen kann. Also das geht schon, so ein bisschen Selbstironie, mal hier einen Witz machen. Das hat sie auf jeden Fall, das schätze ich sehr an der Figur. Janina ist eine sehr impulsive, temperamentvolle Person und bringt das natürlich mit hier rein. Und da wir beide auch so sind, also man könnte fast sagen, da gibt es gewisse Familienähnlichkeiten. Nein, wir drehen sehr gerne mit Janina und es bringt mal frischen Wind wieder bei uns rein. Auf jeden Fall. Wir hatten ja den ersten Drehtag zusammen. Und es war gut. Und es war schön und direkt so eine knisternde Verbundenheit. Ja, und man hat uns immer gesagt, wir sollen uns gar nicht mögen. Ja, und das war schwierig. Dann durften wir immer, durften wir nicht reden in den Drehpausen miteinander, weil die Chemie einfach so krass gleich stünde. Wir haben schon zu vertraut gewirkt und es kam immer, unser Schauspielcoach meinte, redet nicht in den Pausen, ihr seht zu vertraut aus. Du hast Angst vor ihm, Mann, er ist ein Stalker. Stell dir wirklich vor, er ist ein Stalker. Und das habe ich versucht. Ist natürlich schwer jetzt, weil ich sehe ja sehr, sehr so praktisch aus. Ja, aber du hast da diesen Blick gehabt, weißt du, diesen... Also, was ist jetzt? Was willst du von mir? Hallo? Zone verschluckt? Ich habe dich gesucht. Und gefunden. Und? Was machen wir jetzt? Ein Eis essen? Oder lieber Kino? Ich will dich tatsächlich näher kennenlernen. Das Foto habe ich von der Website der Klaus-Rieger-Realschule. Ja, vorher habe ich eigentlich ziemlich unterschiedliche Sachen gemacht, würde ich sagen. Also von Kabarett in Berlin über Musical-Tournee. Letztes Jahr habe ich eine Comedy-Serie gedreht. Also es war immer so eine Mischung aus Bühne und auch mal hier ein kleiner Dreh, da ein kleiner Dreh. Ich habe viel gesungen mit eigenen Programmen, synchron gesprochen, also durch die Bank weg eigentlich alles, was das Schauspielerleben einem bieten kann. Und was unterscheidet? Der Unterschied dann zu verbotener Liebe, zu so einer durchgehenden Rolle von den ganzen anderen Sachen, ist natürlich der schöne Zustand, dass du dich mal ganz lange auf eins konzentrieren kannst, dass du plötzlich konfrontiert bist mit einer Figur, die du ja auch irgendwie mit dem, was du mitbringst und gestaltest, selber auch erfüllst oder auch erst mal anfängst, zum Leben zu erwecken. Genau, also wenn du anfängst, das zu spielen, dann haben natürlich alle irgendwie eine Vorstellung, wie wird es denn sein, aber mit dem, was man mitbringt, da kann man schon so ein bisschen was mit aufbauen. Das ist schön, einfach eine Figur kennenzulernen, was davon reinzubringen und das einfach mal eine Zeit lang mit der auszuhalten. Und da ist ja Bella Gott sei Dank ein Charakter, mit dem ich gern zusammen bin. Tatsächlich ist ja das Auftauchen von Janina, das haben wir dir zu verdanken. Ich habe fleißig gesucht. Du hast gesucht und hast sie gefunden und das Ganze geht wiederum zurück auf unseren lieben Arno, die treuen Zuschauer werden sich ja noch an ihn erinnern, der uns verlassen hat. Und der hat ja ein Geheimnis hinterlassen und vielleicht hängt das ein bisschen mit dieser Bella zusammen. Es ist etwas, was Charlie auf keinen Fall ans Licht bringen will. Oh ja, ja, das hatte mit dir zu tun. Ob ihr das natürlich dauerhaft gelingen wird, das Geheimnis vor den anderen zu verbergen? Ich würde es jetzt nicht erzählen. Aber Tatsache ist, zum jetzigen Zeitpunkt weiß Bella auch noch nicht um dieses Geheimnis. Das heißt, Charlie trägt es ganz alleine mit sich und die anderen sind bisher noch arglos. In der Ausstrahlung ist das so. Du Monster. Also seid gespannt.